ja das ist genauso blöd nehmen wir einfach das intro oder ja genau wir hatten jetzt noch gar kein vorgespräch vielleicht breche ich dann ja auch mein interview auch wie du wieder normal ja gerne klar gut du weißt ja natürlich jetzt so ein bisschen schon über mich ich bin korrigiert ich bin und ich freue mich natürlich jetzt dass ich bei dir auch mal hier sitzt mit der ganzen geschichte ja einfach das thema ist mir ein großes anliegen und ich merke es wirklich selbst wie krass die proibition zu schlägt also wirklich in erheblicher art und weise klar ich bin kann das patient klar ich habe mich jetzt die letzten drei vier monate sehr aktiv damit beschäftigt und ja das so ein lebensthema für mich geworden ganz klar also ich habe mittlerweile kenntnisse von von der szene am bahnhof in bühn also die jungs sozusagen bis zu plantagen in hamburg und ja das ist ein riesenthema die proibition massiv gescheitert also das stelle ich selber selber auch fest ich habe bis vor drei jahren habe ich selber als ich im stadtgarten war und jemand gesehen habe habe ich die polizei gerufen also in die richtung man wird natürlich ist ganz komisch angeschaut die familie ist zerstört also mit scheidungen nach zehn jahren und so weiter ja okay also das ist komplett ja ist es halt diese proibition geschichte genau zwei kinder gehen in die waldorfschule und ja ich sehe das natürlich nicht nur aus dem medizinischen kontext noch sondern auch die legalisierung an sich generell dann natürlich die aufklärung was sind die unterschiede überhaupt von cannabis wie kommt der jugendschutz zum tragen auch bei dem ganzen thema das sind ja alle sachen gerlitzer park wieder die diskussion elends lang mit der doku kürzlich und 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 das ist echt heftig und ich habe mir ja zwei monate zwei wochen ja bootcamp gegönnt kürzlich ägypten urlaub in meiner familie ich bin sechs bis sieben stunden lange bett gelegen dass ich nichts tun ich kann keine fünf schwimmzüge machen ich kann kein brot mehr schneiden dann kann man es nicht genau das ist eine der fibromyalgie in der form ist eine neurologische erkrankung das kannst du dir vorstellen entweder sie reguliert sozusagen diese neurologische hyperaktivität runter also nicht mit adhs zu vergleichen oder beziehungsweise sie reguliert nach oben wenn diese konzentrationsschwierigkeiten und so weiter und dadurch kann ich auch erst wieder auto fahren oder schwimmen und verschiedene andere sachen machen kostenübernahme krankenkasse ist halt so ein thema bin ich selber dran ich mache gerade das alles komplett selber durch was viele viele das heißt du kriegst es auch nicht verschrieben ich krieg es verschrieben von der privatärztin in badenbaden eine palliativmedizinerin und das können wir jetzt jetzt diskutieren ja nicht mal gucken was denn aus der video ist aber 2017 hatten wir ja im deutschen dundestag auch mit viel schäden von unserer seite her es geschafft dass es cannabis auf rezept geben kann für bestimmte erkrankungen und das funktioniert aber nicht weil weil erstens die die ärzte vorbehalte haben also die haben halt angst wenn du dann das rauskommt dass du cannabis verschreibst dann rennen die leute die ruder ein weil viele sich vorher ja schon informiert haben viele kriminell sind obwohl sie patienten sind also illegal kiffen obwohl sie wissen dass es ihnen hilft ich kenne das eine ärztin in acharn zum beispiel da hat mich den patient anrufen junger kerl hat man ihren transplantation gehabt und der ist jetzt gerade erstmals mit seiner hausärztin dran die kennt sich nicht aus die weiß nicht wie muss man das formulieren ja gut also es gibt ganz viel informationsdefizit auch bei den ärzten und auch ja klar die machen halt ihre allgemeinmedizin schon seit jahrzehnten das zeug wird verschrieben das geht durch da braucht man sich um nichts kümmern rezept ausstellen opiat xy fertig verdient noch geld mit und der aufwand beim cannabis ist einfach ungleich höher du musst dann regelmäßig umfragen machen mit den patienten die auswerten unsere recht hohe dokumentationspflicht und von daher hast du kaum einen kassenarzt der das macht weil es einfach nix daran verdient wird deswegen habe ich auch die privatärztin glücklicherweise sonst würde ich nicht hier sitzen und ja da ist halt der knackpunkt der dass die diese vergabe nach btm gesetzt und so weiter dass das einfach viel zu kompliziert ist weil es einfach die die droge sage ich jetzt mal cannabis auch als medikament einfach viel zu hoch eingestufen gut aber da sage ich mal sind ja ist ja wichtig dass wir auch erfahrung kriegen wir haben mit viel viel mühe 2017 glaube ich das durchgekriegt im deutschen bundestag was in der zusammensetzung des deutschen bundestages natürlich recht schwierig ist ein beschluss hinzubekommen für die ganze frage der medizinischen indikation da auch erfahrung zusammen ich weiß zum beispiel schon dass viele krankenkassen wenn die ärzte das einreichen sich erst mal spur stellen und sagen es ist nicht notwendig also da ist sicherlich nachholbedarf auch erstmal wenn wir über den ersten schritt den wir jetzt gemacht haben reden das kann natürlich nicht sein dass die krankenkassen jetzt auf der bremse stehen es ist entschieden es ist möglich dass der arzt das verschreiben kann dann hat es egal welche krankenkasse dieses auch umzusetzen und da ist es halt von der situation meistens so sie sind entweder gleich ab weil die patient also ich zähle mich auch dazu ich bin emotional teilweise gar nicht in der lage dann gleich schon wieder zu reagieren und zu machen und zu tun normalen job das heißt du bist dann irgendwie in dieser lage dass du nicht die flügel streckst gewissermaßen ja du hast das geld dann vielleicht nicht für den anwalt du bist einfach nervlich nicht in der lage gut ist im widerspruchsverfahren da muss man sich entweder ausgehen oder man hat jemanden der das macht ich war genau und dann ist das informationsdefizit da auch wieder dass du nicht weißt wie machst du es als patient wenn du ja so und das sind halt alles diese diese aspekte da mit rein spielen auch zum beispiel es gibt vom landessozialgericht hamburg vom achten achten ein aktuelles urteil wo es heißt wenn der arzt und patient sagen das ist so dann ist das halt einfach die idee die arzthoheit und patienten die krankenkassen geben es trotzdem an den mdk weiter schreiben textbausteine die nicht zu dem passen was du selber einreichst als widerspruch du kriegst den end des mdk gutachten zum beispiel überhaupt nicht ausgehändigen sondern die schreiben einfach nur einen textbaustein mdk hat entschieden da muss das wieder anfordern das heißt du hast auch gewissermaßen dieses aufzeit spielen und so weiter ja also das ist ein ganz riesen kriterium das ganz wichtig ist und natürlich darüber hinaus mittlerweile habe ich mich ja so extrem damit beschäftigt warum soll man nicht einfach die pflanzen selber anbauen dürfen also gott hat es gegeben so in die richtung gut ist das schwere gewerbe uns ja auch schon drüber an teil weil es gibt in der spd sage ich jetzt mal eine mehrheitsposition auch in der bundestagsfraktion noch nicht beschlossen die natürlich den schritt gehen möchte zu sagen wie kriegen wir erleichterung hin bei der legalisierung weil es alleine weiterhin unter strafe zu stellen löst natürlich gar nichts also dadurch wird der konsum nicht geringer das wissen wir auch sondern es geht in die manchmal schmuddel ecke hinein wo er zu retten dass die szene wo die sich rumtreibt weiß man so und den jugend schutz sagen dass die szene am bahnhof vielleicht fünf prozent von dem ausmacht was ich an der szene kennen die sehr verantwortlich damit um die gibt es auch keine frage aber wenn ich erst mal gucken will woher beschaffe ich mir etwas was ich nicht legal bekommen dann kann es sein dass natürlich in ecken reinkommen die nicht gerade die schönsten sind in deutschland so möchte ich das mal formulieren will nicht sagen dass alle die cannabis konsumieren irgendwann in drecklöcher oder so aus nein bei seiten nicht weiß ich insbesondere weil ein sehr guter freund von uns man traut zeuge seit seinen schweren motorradunfall nicht nur schwere schwere schmerzmittel bekommen weil er stark gelähmt ist sondern wo er sagt cannabis hilft ihm natürlich auch noch mal im leben teilzunehmen obwohl er ab ja ab oben ich weiß gar nicht der wirbelte werbel das ist aber ab da gelähmt ist er unternehmt also von daher ist mir das alles bewusst okay das ist für mich alles keine frage ich habe so meine persönlichen erfahrungen da haben wir auch schon mal drüber geredet die mich so ein bisschen mehr sage auch mal die wirkung der ganzen und das durchhängen und so weiter und so fort aber genau deshalb sage ich ist es ganz wichtig dass wir leute haben die sich bei uns in der fraktion mit ernsthaft beschäftigen sowohl die gesundheitspolitiker wie natürlich auch die jenigen aus dem aus dem inneren also die für die frage was ist strafbar und das nicht kann sich auch extra eine berater reinholen wie frau von der leyen ja na gut aber man kann auch wenn man gute 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 leute haben oder die sich damit auskennen wir diskutieren das ja nicht jetzt seit gestern unsere jugend ist da ja schon auch immer recht vorraten gewesen und das von daher sage ich mal und ich versuche dann immer zu mal zu mir zu sagen okay das ist ein bisschen so eine persönliche erfahrung die prägt dich aber das ist natürlich keine fachliche das ist eine rein emotionale und emotional bin ich sicherlich dann nicht diejenige die dafür gut beraten ist oder ratschläge zu geben deshalb gibt es andere bei uns die tun das und das ist dann die brauchen aber auch zusätzliche wissen ich kenne ja die auch die unterschiede ich kenne dass das light cannabis das cbd aus wien ich kenne ja das gefährliche bahnhofsgras ich kenne sehr gutes hochpotentes gras wo sich das universum vorwärts und rückwärts gleichzeitig dreht so kann man so ungefähr beschreiben ja und ich kenne halt das medizinische cannabis halt mit der dosierung mittlerweile mache ich das sogar wenn ich habe diesen vaporisator mittlerweile habe ich sogar so ein glasadapter und macht das mit einer bonn das sieht zwar hochkriminell aus also ich hatte auch vor einigen wochen das erste mal auf der hansparade probiert da habe ich auch meine berührungsängste mit gehabt mit so einem ding das sieht irgendwie komisch aus aber die die einnahme ist einfach besser das ist ja das sieht zwar komisch aus und blubbert aber mittlerweile kann ich schlecht mitreden jetzt haben wir schon fast alles geredet ja wir haben nicht alles fast geredet aber wir haben natürlich schon viel ich glaube das ist auch ganz wichtig ist ich zeige das dann meinen kindern irgendwann mal die älter sind und sagen schaut die gabi und ich wir haben die legalisierung da würdest wahrscheinlich mein sohn der würde das ding ans ist der mars schicken der sagt menschen mutter mich ist immer beschimpft gut ich würde allerdings gerne kurz vor und mittelpause machen ja dann können wir noch eine rauchen draußen können wir machen ja vielleicht kann ich ja auch